Es dauert jetzt so 30, 40 Minuten. Jaaa. Hey, nee, es hat einen Stern. Ja, ich hab grad... total ausgelöst. Ich hab mir total ausgelöst. Das kann ich jetzt auch nicht ausstellen. Komm, weil er so riesen Schwankungen hat, sonst wird das nicht lecken. Warum eigentlich immer, wenn wir aufnehmen, ne? Hab ich nix für. Ich frag mich, warum immer, wenn wir aufnehmen. Aber wenn er jetzt so, wenn er jetzt so vom Ping von 200 auf 30 so schnell runtergeht, dann spinnt er nicht. Aber wenn er so konnte nicht bei 200 oder so bleibt, dann ist das Problem. Jetzt ist aber mit 27 wieder. Und ich darf auch noch im Kreis rennen werden. Und dann darf ich doch mal ne Pflanze aufnehmen. Wo dann ja alle wechseln. Ja. Aussetzen. Boah. Hat er grad jetzt auf Deutsch gesprochen? Hä? Ernsthaft mal auf Deutsch? Ja, ich glaube. Da bekommst du doch einen Bowser-Samen. Da bekommst du doch einen Bowser-Samen. Ich krieg dich doch. Nee, nee, nee. Genau, du kriegst noch mehr. Ja, klar. Ja, klar. Nex könnte eigentlich mal irgendwie aufhören, gerade oder so. Oh, klar. Oh, klar. Ah, ja. Immer krieg ich die ausstatten. Ach. Du wirst ein Haufen warte. ные Ketten mit die komischen Dingern in der Necke? Hmm Hey Ich habe keine Münzen bekommen Was hast du bekommen? Und aber sehr wenig Fünf Stück hab ich mal Alter Donkey Kong der Wichser Ja die Überzeugung Der hat bei mir alles abgegrabbelt Abgegrabbelt? Abgegrabbelt Ja ja die Leck Schwankungen Habe ich hier jetzt mal die Lecks umgestellt? Warte mal Kann ich ja wohl noch Kann ich ja noch beim Spielen eingeben ne Leck Leck Keine Ahnung Leck 8 Die Blüte Hallo 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 Borsa Ja Ja Kuchen Lecker Die aber schon ganz lecker aus Weil wenn es kein Panzer wäre Oh Oh Lecker Also dann 2 Du verdient ja nochmal 10 Ja ja Was ist eigentlich wenn du nicht zahlen kannst Ich glaub das nochmal im Kreis gehen Wer denn gehabt jetzt hier Ja Und Donkey Kong Dann ziehen wir Donkey Kong ganz schnell rein Ja das ist ja nur drehen Hast du Schad gedrückt? Ja Das können wir ja Kann ich ja machen Das weiß ich nicht Doch Oh Oh mein Gott Tschüss Alter Alter Hallo Ja Wie doch Bei dir muss dann auch immer alles hören ne Klar Ne Ich hab den ganzen da rangeholt damit ich den abschnitzen kann auf mein Bein und dann richtig drehen kann Ja Ja das hier Das mache ich auch immer Trotzdem hält man das bei mir nicht Im Stück Ein Lusche Hehehehe Kann das jetzt bleiben darf jetzt noch nicht schwanken mit den ganzen Lacks Hmm Mein Ping geht von 20 auf 200 immer so zwischendurch ab jetzt nur hoch Hehehe Hehehe Arsch Ja alles klar Hehehe 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 Geht da gleich wieder hoch Hehehe 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 machen hoffentlich jetzt kriegst du gar kein stern ja das ist mir doch egal ehrlich aber immer weil es nicht aussetzen aussetzen ja ich kann nichts dafür jetzt sind wir bei 300 angekommen und updated bei mir was steht ihr denn ab? meine serverdaten ich geh beim kurzen ich muss meine pause drücken danach ich geh beim gleich gucken ah ich muss meine pause drücken das geht nicht ich geh beim kurz gucken was er macht kommen wir sofort wieder ja ja er muss erstmal auf so einen server gucken was der da macht für die arbeit so einen server ach ja wir warten auf den vogel erstmal dem 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 Da hab ich hier nix süßes, schade. Ja, ich fühl bescheid, ich weiß. Und der Spacken hat bestimmt schwer zu. Ja, ich weiß. Oh man, ich kann das Wasser gucken. Ja, der faszig. dass ich das nicht aber ich habe habe ich habe es ich habe Ja, mach einfach mal weiter. Witziger Jodelko. Hast du ein extra Zimmer oder was? Ja, ich hab einen extra rum dafür. Wenn der nicht so laut ist, der hat eine Zwölfster, die ein bisschen lauter sind. Mein alter WC war die ganze Zeit. Wuuuuh. Da hab ich noch ein eis holt. Ja. Aber dafür muss ich immer ganz nach unten laufen. Ganz nach unten? Mhm. Hast du ein Haus oder was? Ja. Oder so eine halbe Haushefte. Das war eine Doppelhaushefte oder was? Ja, andere hast du jetzt. Aber geht doch. Vielleicht auch vollkommen für die allein oder nicht? Dachbohrm. Keller. Mhm. Ja, und Dachbohrm, wo man auch wohnen kann. Ja. Ja. Jetzt geht's. Ja, das sind unterschiedliche, wo du drauf reden kannst. Ich glaube, abgleich die Münzen. Ja. Oder so. Oder so. Die Stingerklon. Hm. Äh, ich bin Stern. Auch nur wenn man drauf steht. Na egal. Rot. Schade. Schlimm ist. Der wird gleich weiter machen. Der wird gleich weiter machen. Der hat die ganzen Spiel-Updates. Hat er drin gehabt. Ich hab schon mal rausgekommen. Ja. Ja. Wieder Updates. Ich hab gedrückt vor allem. Das ist behindert. Mhm. Mhm. Aber so extrem hoch steckt der Ping grad gar nicht. Nein, der war grad normale Sachen. Ich hab alles über Steam. Der, ich lass Steam über das Laptop angeschlossen. Ich hab da alles angeschlossen dann. Steam angemeldet und sowas. Jetzt geht er wieder grad unter der Ping. Ja, ich seh's ja. Ich hab das grad aufbauen die... Naja, hab das...